In den diesjährigen Sommerferien gibt es in Görlitz wieder eine Kinderstadt, beziehungsweise eine, so die offizielle Bezeichnung, Kinder-Miasto-Skorlitz. Dabei handelt es sich um eine Stadt, welche von Kindern für Kinder gestaltet wird. Die Jungen und Mädchen können verschiedene Berufe wie Tischler, Journalist oder Bäcker ausprobieren. Dabei verdienen sie ihr eigenes Geld, das sie vor Ort direkt wieder ausgeben können. Außerdem treffen sich die Bürger der Kinderstadt täglich auf einer Versammlung, bei der Regeln für das Zusammenleben aufgestellt werden. Die Kinder-Miasto ist ein deutsch-polnisches Projekt, daher auch der Mischname. Sie findet zwischen dem 17. und 26. August in der Turnhalle Hirschwinkel statt. Anmeldungen sind unter info at kindermiasto.eu möglich.